das wäre sicher vor ner 10 Minuten oder 15 Stunden habe ich das auch noch erlebt für mich krass wie der Behinderte immer hinterherläuft Mitläufer Glückwunsch Business-Teil, Alter, ohnehin Fakt, Zombie, die ganze Zeit wäre ich infiziert Die ganze Zeit hat mich so oft der Zombie geschlagen Geht zu viel mole Jetzt wo ich geiler Rucksack alles gute Sache habe Jetzt, jetzt, jetzt wäre ich infiziert Hätte ja mal anders sein können Oh man, ey, das ist alles so leicht weiß, ey Das sieht gar nicht mehr geil aus, das ist alles scheiße Ja, du hinnest krankerhörig, glaub ich auch gerade schon gesehen A viel lightheaded Ja, und es mir doch egal, man Oder? Nee, das ist not Und kratschen, sahen Das wäre der Ort, wo wir vorhin waren Wenn wir einfach in die falsche Richtung gelaufen sind, ey, was ist denn das? Wie weit nördlich sind wir dann, ey? Was für Ort ist das? Der ist gar nicht auf die Karte angezeichnet bei mir Bei mir war ne Bei mir ist nur Bericino Das könnte noch, das könnte, äh, machen wir mal, bitte Das könnte Nee, das... Keine Sinn Rob, keine Was? Seid du? Ich hab' einfach weiter die Straßen entlang durch das Dorf da und dann... Die Hauptstraßen entlang Ja Bin nid Genau, jetzt sind wir da zu mir verlassen Oh, scheiße, kein Bock zu verrecker, alter Man ist gar nicht wieder irgendwo, wo ich ne Zborne soll Wahrscheinlich hat man's gar nicht nen Elektro oder so, ne? Kann man nid dazu Naja Darauf hab' ich keine Lust Mit der Pühlschirm doch noch nochmal farbig Pff, das wär's ich jetzt nicht Komm mal, alter Jetzt wenn man glaub' ich ein Bericino Wolle so Da vorne ist der Kranke aus Krank aus Oh, scheiße, wo wir vorhin gespawnt sind, man das war Bericino, wolimisch Prelle bitte ist doch was drin bieter die durchschauen kann man sich ja auch in den Supermarkt und damit alles in was ich er darf noch gleich mehr verordnet aber nicht mehr die Kiwi irgendwie Antibiotika oder so muss er suchen Prozent aber das noch nicht wie die Wiener ähm, jetzt also mein Rucksack ist noch leer alles muss immer hier ist nix bitte irgendwas muss doch hier sein, Alter wie lange geht die Aufnahme noch? wir machen der mich gerade aus Essen kommt der mich gerade aus Essen kommt, deswegen äh, was heißt hier in Bericino schön wo dann nicht auch? Eich, läuft immer noch die Straße entlang? ja, ich bin schon der Zino Trommel, wenn ich das nicht kurz ich bin schon mit so zwei auf so zwei Grundblöcken zu äh, Gehm und Dorn die Mitte zu dem zu der Panther-Statue mit lockt mich den Teil erstmal aus und essen aber da vorne, sieh nicht, sieh nicht, sieh nicht ich hab bitte vorbeigelassen ich war im Krankenhaus denkst du die Vitamintablette bringe es? kein Plan ich bin grad im Supermarkt drin alles mit was ich doch finde ich bin grad mit dem Ort, wo vorhin war es aber hier ist alles leer hier gibt's keine Panzerstattung bei den Wohnblöcken in der Mitte von der Stadt wo ein Wohnblöck war und dann neben gleich ins Wohnmarkt ok, das ist nicht die Stadt, du musst weiter ja hä, Mark nicht anwesend hätte gelaufen hm hätte gelaufen, ich hab nur kurz was gegessen vorhin film dich bald ich bin nur gesprintet ohne Ende Joko, bist du noch im Krankenhaus, oder? ja ja, halt schnell aus aber hier ist nichts mehr weiter aber wo ist denn jetzt im Krankenhaus? ach, die Straße da ja erstmal fix was noch was? erstmal fix was ja jo dem Krankenhaus dran dann aufm Weg ne, warte, anders ran guck mal, ob das jetzt was bringt oh, da hockt er doch oh, da hockt er doch ne, was richtiges gefunden hat, glaub ich ne ach oh ne Scheiss krankenhaus da, ne, sind wir ja nicht so geheuer Wo bist'n du? Auf'n Knach, für'n Krangor. Ja. Also, ich hab' jetzt nix gefunden. Scheiße, voll krackter Zombie, ey. Das sind eng, wurde drin, was man braucht. Ich will mal... Nächster Hanghaus, das erste ohne in Elektro. 2 Stück in Sinensiano. Das war's. 4 kranker Häuser gibt's auf der Map. Wo bin ich denn jetzt? Immer noch ein kranker Häuser drin. Hoffentlich, das wird schon nicht schnell mit'n Essen. Hier könnte man noch die Häuser durchsuchen, ob man da irgendwo noch Antibiotika findet. Ich geh grad nur in das da rein. Ich geh grad nur in das da rein. Und das ist braune da rein? Gelbbraune, ja. Gelbbraune, ja. Na, da ist es, ich habe dich. Ja, ich habe dich her, ich habe un Ao-Bahn-Gehl. Das ist ein Recaut. Oh, warte, das ist es, dein Gehle met, ja. Und das ist das immer noch nicht. Und das ist's, du. Voxer EU-Scope Welchen Donets? In einem braunen Haus am Ende von der Straße nach dem Zeit Die Körner 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 Das ist eine Ampliode. wie wir ihn jetzt auf die straße Spass noch was. So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Oh, scheiße. Oh, grün. Oh, grün. Oh, grün. Ja, du hast die Trinke, die Jocke. Oh, grün. Erstmal nur was satt trinke hier an der Brunne. Wie macht man die Nummer aus? Wasserflaschen, die Hand auf der Brunne, gucke Maus, hat gedrückt, Halle. Hallo, sorry. Hey, hier ist ein Medikid. Boah, holen wir. Was gut ist drin? Guck, jetzt haben wir da zwei Bandage, die Waffebereinigungspille, eine Spritze, Bloodbag-Kit und IV-Starter-Kit. Bandage habe ich noch genug. Ich hole nur das IV-Starter-Kit mit. Und das Plugbag-Kit hole ich auch mal mit. Also wenn du es Medi-Kit ran willst, hab es nochmal auf die Bode gelegt. Ich brauche da irgendwas zu fahren. Bandage sind nicht schlecht. Du hast ja nur die Wax, oder? Ich habe gar nichts, stimmt. Obwohl da die Bandage auf jeden Fall mit. Ja. Hallo, Tony. Will ich wiederfinden, ne? Hä? Wiederfinden, ne? Warum? Wir sind... Eigentlich bin ich direkt da, wo du spawnst. Wo ich spawne. Ich bin ja nicht zu dem Panzerkelauf, weil ich ihn nicht gefunden habe. Ja, höh. Immer die Fahne, Tony. Vorne ist so einer kleinen Hütte. Wo seid ihr? Ich bin jetzt so einer... Ey! Ich habe hier noch so eine Payday-Maske für Johnny, damit wir uns alle identifizieren können. Wo seid ihr trotzdem? Komm zur Statue. Also... Pardon. Okay. ich bin an der Statue die nur Furchtung gibt es keine Statue ein Panzerstatter äh und bestimmt noch in dem Ort den den Ort wo er einzeln großer Wohnblock drinnen ist und das sollte weiter laufe habe ich gesagt die übergleichen Schule die Schule ja du sollst die Straße weiter hochlaufen aus der Richtung aus dem er aus dem er kommen sind wirst du nicht im Haus 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 im ihr in am in in Johnny, wo darfst du hin? Ich hoffe, ich habe einen Panzer-Stau, wobei ich sehe euch nicht. Warte mal kurz. Das ist ein Fisch. E-Mail. Der hat sich ein Problem gehen. Nein, das auch wieder. Hallo. Wo du so lieb, versprochene Pd-Masko? Ach so, die habe ich vor. Das kommt gleich aus diesem Haus. Was? Das kommt nicht an den anderen. Ach wieso? Da kommt der. Wer nötig? Na dann? Na dann? Na dann? Na dann? Na dann? Na dann. Armin das zu manieren Uwe und nun aber es ist auch nicht möglich das erinnert aber warte Pater, halt, stopp. Und was essen. Wenn er erwischt hat und du ein Krankheit heilen musst, dann gibt es unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, wie man das machen kann. Sie gibt es neben guten Mitteln, wie Arzneimittel, aller Antibiotika, auch andere Heilmittel. Dazu gehören zum Beispiel Früchte mit ihren Vitaminen. Blut, Kochseid. Nee, ich brauch der Blut. Erstens, du weißt nicht, was für Blutgruppe du hast, das wird jetzt nicht, was für Blutgruppe ich hab. Vitamine. Ja, ich hab Orange. Nee, ich hab zwei Orange. Ja, wie für Vitamine muss ich noch essen? Letzten Leben. Kann ich orange haben? So eine Vitamintablette gefunden. Kann ich die Orangen haben? Bitteschön. Läu, warum die da jetzt nur eine Orange? Ich hab die andere Arte hingeschmissen. Er machte Kohle auf, I. Ah, das ist die Anna. Ich hab aber noch Vitamin-Tablette. Warte, ich hab ein bisschen verbraucht. Ach, merci. No problem. Kochsalz-Lösung und vieles mehr. Die Arzneimittel-Kochsalz-Lösung. Klar, Finne-Machheitsgrad. Kann ich die Gans verbrauchen? Ist mir egal. Ich mach die jetzt im Moment nicht. So schnell werd ich von Zombies nicht gehauen. Von daher. Ich hab's da ziemlich in der Wechandlung gegeben. Ich hab's da gemerktet. Ich hab's da gemerkt, ich hab's da gemerkt.